Hallo ihr lieben Leute, hier ist Jens Komnick. Schön, dass ihr bald mich besuchen wollt in meinem Workshop Fingerstyle Basics, der vierten Ausgabe des Acoustic Player 2013. Beim letzten Mal habe ich euch ja einen Einstieg ermöglicht in die wunderbare Welt der Duttgart Gitarre, also des Open Duttgart Tunings. Interessanterweise haben mich in der Zwischenzeit ein paar von euch angesprochen, die ich getroffen hatte, die Lust hatten, noch etwas mehr über diese Stimmung zu erfahren. Da habe ich mich hingesetzt und habe für euch ein kleines Stückchen komponiert. Das möchte ich euch in der kommenden Ausgabe vorstellen. Ein paar Töne davon habt ihr eben schon gehört. Vielleicht habt ihr gemerkt, da werden auch ein paar Verzierungstechniken ins Spiel kommen. Über all diese Dinge, über dieses filigrane, elegante Spiel in der Duttgart Stimmung, möchte ich euch gerne beim nächsten Mal etwas mehr erzählen. Ich würde mich freuen, euch dort zu sehen. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.